Musik 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 Bonjour, liebe Leserats Chiresine in Frankreich Und das ist La Miseau Die Berühmtheit Sprich, hier hat gewohnt Einen berühmten Mann Mit Znürbart Und mit Käppi Und hieß Frans de Franzose Und dieser Frans de Franzose Der hat einen Tee Salon Und dieser Tee Salon befindet sich hier Und den werden wir jetzt besuchen Um einen Tee zu trinken Den Tee Salon, ich muss nur noch den Eingang finden Musik 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 Gruppen in diesem Martin im Web Und die ist geliebiger Gelugend Und auf sieht Da muss leider weiter gehen Weil in diesem Restaurant Du ziehst du Platz für einen Aber dafür ist alles mehr vorrangig Denn dann kommt Gestalt Ja, natürlich, dass kein Essen kommt und wir eigentlich schon bald mehr zum Flughafen müssen. Das ist jetzt leider wachlich, aber... Das ist halt so... Oh, das ist keine Schuhe für den Tee. Das ist sehr gut. Oh, da kann man den nächsten Gäste sehen. Ja, das muss man gerade essen. Und die Schuhe macht das eigentlich nicht. Ja, wie gesagt, das ist ja leider zu viel groß, als dass ich mich noch länger aufhalten würde. Sahagan Pra johnskopf ARD Text im Auftrag von Funk